Ohhhh JA LEUIT Neunun Diein Diggier, warum Wo kommt das denn jetzt gerade her JA MANN Endlich wieder ALTE ANTIMPORT Ich habe... Ne, ne, ne Ich habe mich innen drin abgebrochen Dass zählt nicht Leute, was geht Willkommst zu einem wunderbaren video Wir nehmen heute zusammen Ein geiles video auf leiderキ Bhgt das ist der pc von der WiFiINT repariert worden Keine nummer enen Und jetzt muss ich wieder mit video es aufnehmen Mein Gott, Leute, wir haben heute was ganz, ganz, ganz Besonderes für euch rausgesucht. Ja! Tobi hat sich nämlich wieder auf TikTok begeben, meine Freunde. By the way, stehe ich da kurz vor... Ich weiß es, ich bin nicht mal verifiziert. Wie viele Follower hast du? Wie viele Immobilien hast du? So, Leute, wir gehen heute auf jeden Fall mal wieder auf TikTok. Deutsche TikToks sind wild und machen Spaß. Die schauen wir uns gemeinsam an. Tobi hat uns extra eine richtig geile Compilation personalisiert und zugeschnitten. Grüße getraut an Ehrenbruder, ist Cation, lass Liebe da auf Instagram. Und ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse. 3, 2, 1, wer lacht, ist dumm. 3, 2, 1, go. Hallo, Lukas, wenn du in der Compilation lachst, finde ich raus, wo du wohnst, bis dann. Ja, an der Stelle bist du schon raus, Lukas, schade. Der sieht doch ein bisschen aus wie... Achtung. Der sieht doch ein bisschen aus wie ein Trimax, Alter. Wie doch, Alter. Der sieht aus wie ein Trimax. Dieser Junge, dieser Junge, die... Wasser ist so gesund. Ich kenne den. Ich kenne den, Digger. Aber wisst ihr, was nicht gesund ist? Erzählst du mir? Sich über Übergewichtige lustig zu machen. Danke. Weil es sind auch nur Menschen. Ja, du hast vollkommen recht, Bro. Du hast vollkommen... Diese fetten Wicks. Moment mal. Diese fetten Wicks. Bist du nicht auch betroffen? Hallo. Hallo. Welcher B**** hat geklingelt? Yo. Ich würde seine Familie zerstören. Ich wollte nur die Post einwerfen. Ich habe hier ein Paket für Sie. Noch einmal klingelt. Ich werde euch abreißen. Ihr B****. Digger, beruhig dich mal, Bro. Beruhig dich, bitte. Der will dir wirklich nur... Der arbeitet bei DHL. Will ich? Ich habe so viele Freunde, Digger. Zum Beispiel... Die Lichtgnaht mit meinem Bruder... Hat er... Bitte seid mein Freund. Alles klar, Digger. Wenn du deinen Fernseher kaputt schlägst und die Schuld deinem Bruder... ... obwohl deine Eltern glauben, dass du keinen Bruder hast. Was? 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 Digger, was? Ich habe nicht mal einen Fernseher. Ja. Was? Moment, was stand da? Ganz kurz. Das war doch bei dir, Alter. Oh nein. Oh. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Wir fahren nach Hause. Das macht... Na. Wer bist du? Was juckt dich, dass wir ich bin? Digger, schreie doch nicht, mein Vater schlägt. Nein, im Gesicht habe ich dich kennengelernt. Willst du meine Sockenfarbe wissen? Ey, wir sind hier nicht im Gericht, stellen zu viel Freude. Mein Vater schlägt, Digger. Mein Vater schlägt, Digger. Irr, oder? Was ist das? Oh, Digger, so heiß. Mh, Maschalow. An jedem, der sagt, ich habe... Wie viel Clip willst du von Hellhal... Ich kann den Namen nicht lesen, jetzt sind zu viele Buchstaben. Ja. Was gegen LGBTQ+, okay? Mein PC leuchtet in der Farbe von LGBTQ+. Nein. Wisst ihr, gegen wen ich was habe? Gegen die Menschen, die für Tierquälerei sind. Die dafür sind, dass Tierige gequält werden. Was? Wer ist denn dafür? Sowas ist traurig. Wer ist denn da... Gibt es Menschen, die sagen... Also, ich finde Tierquälerei super. Aber Sex mit Tieren ist okay. Ich sitze alone. Bro, bro. Was? 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 Aua. Digger, jetzt weiß ich mal, ob ich eine Anzeige habe wegen dem Unfall. Ich habe den gar nicht gerettet. Doch, nein. Hallo, können Sie Fahrrad fahren? Ja, kann ich. Warum tun Sie das denn? Weil ich gerne Auto fahre. Okay, aber hier ist die tricksten Stelle Deutschlands. Ich weiß, das ist mir egal. Tobi, Tobi. Wie oft noch? Digger, das Video besteht aus dem... Donald Trump, Digger. Das ist echt witzig. Ja? Nein. Wisst ihr, was witzig ist? Okay. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Okay. Wie nennt man einen schwarzen Astronauten? Weiß ich nicht. Ein Astronauten, ihr sch***t. Was ist... Ich finde es... Verstehe ich nicht. Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Typ, Digger. Ich meine, die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet und haben jetzt nichts. Wurde der schon... Also, der hat doch bestimmt... Der wurde doch bestimmt schon mal verprügelt, oder? Also, ich finde es schade. Und ich lasse gering Verdiener leben. Aber chillen. Korrekt, dass er... Korrekt, dass er uns... Ja, Mann, das ist geil. Sehr gut, sehr gut. Aber... Hä? Aber... Verbot in meinen Arten, Digger. Das Wort Bruder wurde 1432 gedenkt. Leute, bis 1432... Schiss dich. Ey, was ist hier los, Mann? Ey, riss hier. Ey, mach, dass du wegkommst. Du mobbst nicht den... So meines Vaters? Digger. Also... Bro. Ey, 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 ey. An alle Leute, die meinen, ich sei kein Businessman. Okay. Also, ich bin ein Unternehmer, ich studiere BWL, ich model nebenbei. Okay. Ein bisschen bekomme ich auch was von Papa. Aber ich bin trotzdem ein Businessman, okay? Ich bekomme ein bisschen zu. Ich bin selbstständig. Meine Red Bull-Sammlung, bitte, war größer. Ehrenmann. Nein. Wisst ihr, was immer größer wird? Was? Was? Was, Digga? Was ist denn das immer für ein Umschwung? Der Rassismus, den Chinesen erleiden müssen. Das ist ein Nordkoreaner. Die Vorurteile, die sie sich immer anhören müssen. Das ist ein Nord... Das ist traurig. Wisst ihr, was ich heute gegessen habe? Auf jeden Fall kein... Können wir früher mit seinem Vater duschen mal und seinem großen Hodensack aus? Ja, Bruder, ich weiß ja nicht, ob man in der Dusche abging, aber bei mir nicht. Digga, vor allen Dingen, Alter, also... Digga, was ist das für ein Sack? Wenn deine Mutter dich schlagen, wenn dein Vater nach Hause kommt und deine Mutter dich schlägt. Trotzdem gewonnen. Trotzdem gewonnen. Wieder mal ein neuer Tag. Jetzt reicht's. Und dich traurig macht. Nein. 2021. Die taub sind, also so traurig. Hey, hallo. Ah ja. Freiheitsstatue. Ja, wie groß ist die denn, ne? Welchen Jahr war der Mauerfall, ne? In welchem Jahr? Welcher Ozean ist der tiefste Level? Ja, was ist ein Ozean? Jetzt welcher ist der tiefste, ne? Mhm. Die Lehrer. Die Lehrer, ich kenn sie. Und was denkst du, welcher ist das? Probier's aus. Probier's aus. Ich kann euch keine Fragen beantworten. Du hast eine Klassenarbeit hier. Immer, immer, immer. Das ist auf sich allein geschwöln, ne? Der Wasser steht zwischen dem Hundock und meinen Eltern. Der hat auch mal die Münze-Adaption freigeben. Oh mein Gott. Bist du verrückt geworden? Oh mein Gott. Das ist ja verrückt, Alter. Das ist richtig verrückt. Du viel Geld hast mir auch gegeben. Alter, das ist verrückt. Was sind Shark Cards? Steven erzählt uns jetzt einen Witz! Ja, was ist ein Sch***flügel, ein Kurzflügel? Was ist ein Sch***flügel? Ein Kurzflügel. Ein Kurzflügel? Ja. Keine Ahnung. Bro, aber der Witz war echt sch***bewusster. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Hahaha. Ich auch nicht, Dinger um die Flasche. Hahaha. Mach ich selber ja. Aber was? Schmeckt'se? Nö. Komm. Hahaha. Hahaha. Schmeckt's? Nö. Frank Rosin mal wieder am Hops nehmen, Digger. Drei Promille! Hahaha. Hahaha. Oh nein, oh nein. Achso, wegen Fotos. Hahaha. Sie dürfen auch zu Kasse 2, ja? Hahaha. Sie können. Sie müssen. Bro, ich hasse das. Ich hasse das. Wenn die so richtig durch mit den Dingern. Die speeden so. Und dann gucken sie dich an. Nächster. Nächster. Ob ich langsamer machen kann? Ne. Dann müssen sie bisschen. Dann müssen sie ein bisschen schneller sein. Aber ich helfe ein bisschen. Martina. Hahaha. Sie wirft. Tobi. 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 Lass dir mal einen Kommentar da. In dem ihr schreibt. Plus 1 der Weife ist dumm. Wenn ihr denkt, der Weife hat diese Challenge verloren und ist dumm. Und wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lasst, kriegt ihr tatsächlich die Möglichkeit auf den Code unge bei krypto.com. Ach halt dann auch, Revi. Tobi. 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 Tobi.